Hallo, da sind wir wieder. Wir müssen jetzt noch ganz kurz mit Edric sprechen. Wo ist der? Da ist er. Hier. 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 So. Prall. Prall. So, jetzt haben wir es. Die Quest. So. 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 Nicht das. Ograma. Nee. Für die Horde. Das Schmuckstück. Da ist er. Blackhands kritische Trefferchance. So. So. Sehr schön. Also. Unser erster keine Mini-Raid sage ich jetzt mal. Zehn Spieler. Action. Okay. Alle rennen raus. Renne ich auch raus. Ich renne einfach allen hinterher. Also das passt schon. Hm. Okay. Äh. Gruppe verlassen. Ich glaube irgendwas war gerade ein Fehler. Äh. Dann sehen wir uns im Dungeon wieder. Bis gleich. So. Jetzt sind wir wieder da. Zu unserem ersten Mini-Raid. Oder Zehn-Mann-Raid sage ich jetzt mal. Ich kann nicht noch mehr. Ah. Das ist halt ein Raid. Das soll ich sagen. Auch wenn wir mit Zehn-Spielern drin sind. Ja. Das ist ne größere Instanz. Ich freu mich gerade ein bisschen. So. Zack. 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 Ich brauch halt mir Mana. so so kein mana mana papi bari bar so 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 bumps so 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 was droppt denn hier für mich dass ich immer so gucken kann bei welchem boss ich die äuglein aufhalten muss oh sack oh suck oops dahinter erstmal mana tanken denn es da was da glitzert was da glitzert was pet tschuldigung pet ich muss mich auch ich habe nicht verkauft ich affe ja wo wollte er drehen da so so ich habe kein ziel so 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 ich bin außer reichweite ja shit das war ziemlich dumm von mir da habe ich jetzt gut den damage eingebüßt weil sie mir aber auch keinen mark geben so 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 ich habe kein ziel so 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 Ah, hat seine Kraft fast wieder erlangt. Hat er? Der gute Alde, da brauche ich keinen Schuss machen. So. Ja, lächerlich. Das ist ja lächerlich. Okay, nächster Boss. Oh, ich nichts, glaube ich. Doofes Pet. Leroy Jenkins ist hier. Wir sind jetzt gleich bei Rent, tatsächlich. Bei Rent Schwarzfaust. Oder Black Hand. Entschuldigung. Man will ja hier den Classic-Jargon treu bleiben. Ich hoffe, ich bekomme dann eine Teleportation in die Traute Heimstätte. Wobei ich da sagen muss, wahrscheinlich ist dann die nächste Quest... höchstwahrscheinlich ist die nächste Quest dann... aber erst mal zu Rexxar. XR? Huh? Ja. Erstmal dann zu Rexa. Das heißt, wir müssen so oder so dann nochmal dann später rein. Für die Oculus-Illusionen und für die Aschen schwingen. Oh, oh. Weg. Ja. Das ist natürlich dann hart. Einfach runtergefallen. Da bin ich einfach runtergefallen. Das ist natürlich doof. Wir sehen uns wieder, wenn ich lebe. So. Hey. Ich lebe wieder. Mein Sturz ist... Oh. Soll ich das Pad wegmachen? Oh. So. Zack. Autsch. Möner Salve. Fick, der ist so nah dran. Na, na, Kampf. Na, Kampf. Pumba, freigeben. Das weiß ich doch, dass ich hier mein Pad reingeben muss. Da hinten, ist der Rent. Kriegst du auf eine Rent-Breakhand und Lord Victor Nefarius? Das weiß ich nicht mehr als Nefarian. Campman is great im Boss. Oder? Lord von Blackrock. So. Bäms. Bäms. Der ist nicht klug, einen der Hexenmeister zu den zwei Tanks reinzuschicken. So. So mal Blüggie fragt. Zack. Vorzüglich gescheuert, als wären die listigen Insekten gerade rechtzeitig eingetroffen, um meine Legionen als Nahrung zu dienen. Willkommen, sterbliche Wesern. Ich bin Victor Nefarius. Und da hat Kf und Kolja Kahnemann. Verstehe. Ja. Ein kromatischer Drache. Lili-lili-lilu. Kf. Gif. Rennt. Dann würde ich beide nehmen, ja? Kript. Angriffskraft. Ich habe einen Inbus eigentlich. Ein Upgrade für den Ring. So. Ich würde sagen, den Rest sehen wir dann in der nächsten Folge, Leute. Tschüss.